so damit hallo und herzlich willkommen zurück in unserem DAF Truck ja ich sage es absichtlich so weil freie Sprache ich kann es so nennen wie ich möchte man kann zum Beispiel MRN sagen man kann man sagen je nachdem wie man das will manche sagen Volkswagen manche sagen VW es ist vollkommen jacke und wenn es einem nicht passt nur mal so an denjenigen der letztes Mal so ein bisschen ausgerastet ist ich weiß deine Zündschnur ist anscheinend ziemlich kurz dein Intellekt auch es gibt andere Mittel und Wege wie du deine Zeit verplempern kannst du geh doch einfach an eine andere Stelle und such dir da vielleicht irgendwie ein besseres Ventil für deinen keine Ahnung was bei dir zu kurz geraten ist ja also keine Ahnung warum man da irgendwie so ausrasten muss aber ja egal jedem das seine wer das möchte soll es machen oder meinen Hinweis dann immer an solche Leute auch an dich dann falls du zugucken solltest noch mal mach doch einfach selber Videos wäre so viel keine Ahnung was es ist ich hasse dumme Menschen ich kann es immer nur wieder sagen das ist einfach so so krass wie viel es davon gibt und dass sie sich hier alle bei YouTube rumtreiben und immer der Meinung sind sie hätten ein Anrecht darauf ihren Senf überall dazugeben zu dürfen aber hey was soll's so wir sind jetzt gerade hier gewesen genau wir haben jetzt ich muss gerade überlegen genau wir haben jetzt hier nämlich diesen Auftrag angenommen richtig da muss ich nämlich jetzt gerade überlegen von wegen ja was haben wir denn letztes mal gemacht aber ich hatte gespeichert als wir gerade da angekommen waren muss ich gerne kurz überlegen jetzt gerade eben auch gesehen wir haben ziemlich viele coole Aufträge also zumindest was soll das okay hat sich angehört dass auf jemand von außen gegen meine Jalousie klopft das lustige ist dass ich ja jetzt hier gerade da wo ich sitze da ist die Tür zur Terrasse und zum Garten da ist ja alles zugezogen also runtergelassen und jetzt muss ich kurz mal gucken mussten wir da hoch ja wir müssen da hoch ich wollte jetzt sagen ich kann mich doch noch leise daran erinnern der muss doch so schön rumdrehen genau wir schaffen das wunderbar guck dir das an guck dir das an naja ähm deshalb ginge das eigentlich gar nicht weil der Garten auch mit einem sehr hohen Zaun ringsrum umzäunt ist und abgeschlossen ist also da kommt niemand einfach drauf sein er würde über diesen Zaun klettern was eigentlich keinen Sinn macht aber naja man weiß ja nie auch ganz lustig ich ziehe ja jetzt hier aus weil ich ein Haus gekauft habe weil ich keine Lust mehr habe für ein Haus Miete zu bezahlen und ähm deshalb dann überlegt so gut okay eigentlich würde ich doch gerne wieder umziehen weil ich ne beruflich hat man ja die Möglichkeit sich überall hinversetzen zu lassen ähm wenn man das denn dann möchte und eigentlich fand ich die Vorstellung ganz schön noch viele viele andere Plätze also europaweit und deutschlandweit halt sehen zu können ähm oder beziehungsweise vielleicht sonst eine integrierte Verwendung weiter weg zu gehen irgendwo ins Ausland für ein paar Jahre aber naja ähm heißt ja nicht dass man das dann trotzdem nicht machen kann ja so mal gucken so vorsichtig kommt was ne sieht nicht so aus so vorsichtig ups der wird hoffentlich anhalten oder langsamer fahren ja er fährt langsamer Dankeschön wunderbar ach ja wunderbar naja ähm naja auf jeden Fall ist jetzt hier schon so heute mal so angefangen erst ein Termin mit den Handwerkern gemacht Umzugsunternehmen das dann kommt das dann praktisch die ich bin ja letztes Mal schon mit einem Umzugsunternehmen umgezogen das ist einfach halt bequemer ähm das mache ich diesmal auch wieder weil es einfach schöner ist die Möbel nicht selber auseinander bauen tragen und wieder zusammenbauen zu müssen und wieder alles anbohren und anklemmen und so sondern das machen dann alles die das finde ich einfach um einiges also ich finde es schöner man muss ja auch überlegen es kostet halt auch wieder Geld äh aber ja ich hab kein frei also ich krieg auch kein frei von der Dienststelle her ähm von daher brauch ich mir keine Gedanken machen dass ich da irgendwie die Möglichkeit zu hätte außer abends oder am Wochenende und ja Wochenende sowieso immer rar gesehen da hab ich dann auch nicht die Möglichkeit alles zu schaffen das würde sich dann Ewigkeiten hinziehen was ich mir nicht erlauben kann also wird dann da kurz wieder angeheuert ist auch schon geklärt soweit alles mit der einen Firma ich hab äh mir Angebote eingeholt die verglichen und äh die 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 besten Eindruck gemacht haben auch von dem wie die Erfahrungsberichte waren und alles über die Firma ähm muss ich ja ein bisschen informieren ne machte das einen soliden Eindruck und ich denke damit bin ich jetzt ganz gut gefahren dann jetzt noch die Tage unterwegs gewesen noch eine Küche bestellt ja vorher alles ausgemessen im neuen Haus ähm alles soweit geguckt von den Maßen da kommt sowieso noch ein Team rum die das dann ausmessen also so nach dem Motto so hm ja wir messen das nochmal halt für auf unsere Art aus weil ist ja klar die man selbst ist vielleicht nicht ganz so genau wie die das will ich mir auch gar nicht anmaßen dass ich da so das so hundertprozentig genau gemessen habe wie die das brauchen oder wie es halt notwendig ist von daher ist es in Ordnung es gehört auch alles zum Service damit dazu ähm ich weiß gar nicht ich glaube es ist erst zwei Stunden da bei dem Typen haben wir zwei Stunden lang die Küche geplant was ich halt haben möchte was ich brauche und wie es ungefähr aussehen soll ähm bin eigentlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden muss ich sagen also nicht nur eigentlich sondern ich bin wirklich sehr zufrieden und ähm auch für den Preis ist es echt super klar also im Endeffekt es wäre garantiert muss ich mal überlegen naja eine Küche ist ja so eine Langzeitinvestition also so das kauft man sich eigentlich einmal und dann hält das eigentlich Ewigkeiten wenn man da nicht umzieht so häufig so wie ich das immer mache ähm oder gemacht habe vielmehr ähm dann bewegt man die eigentlich auch nicht sondern man kauft sie für die Wohnung für das Haus wo man halt gerade ist und das wird dann darauf angepasst abgestimmt und dann lebt man damit es sei denn irgendwann geht mal was kaputt oder es sind doch zu starke Abnutzung ähm Spuren oder es ist nicht mehr zeitgemäß oder man will was Neueres haben oder was anderes oder was irgendwas verändern will dann ja aber von daher habe ich dann auch gesagt okay nee dann muss diesmal halt einfach ein bisschen mehr Geld angefasst werden jetzt wenn man ein Haus kauft dann fasst man sowieso ein bisschen mehr Geld an und dann ist das im Vergleich dazu natürlich so so ja so Kleinigkeit würde ich nicht sagen aber im Vergleich zu dem was ein Haus kostet ist halt eine Küche dann schon so ja ne das ähm ist halt so ein minimals Betrag im Vergleich zu der anderen Summe ja und ich war echt an mich hin und her überlegen aber ich überlegt habe so okay ich habe früher ähm Ikea Küchen gehabt war da auch immer super zufrieden mit also mir hat das gefallen ich mag aber generell die Möbel und die die Art von Ikea muss ich sagen also es sind hier relativ viele im Haus ähm an Ikea Möbeln und hab dann überlegt ja diesmal auch wieder und dann meinte nur ein Nachbar so hey hier ganz ehrlich fahr mal da und da hin ich hab dann meine Küche machen lassen da ich mir so mhm ja gut ist doch näher dran als das andere also probierst du das mal aus muss sagen jetzt so von dem wie es alles ablief hat es mir sehr gut gefallen ähm Preis ist okay also wie gesagt klar es würde definitiv noch günstiger gehen ich weiß jetzt nicht ob es da unbedingt bei dem schwedischen Möbelhaus dann günstiger ist aber es gibt garantiert irgendwo ein anderes Möbelhaus oder irgendwas wo man das dann günstiger kriegt aber ob man das dann so angepasst an die eigene Küche bekommt ähm weil zum Beispiel das ist jetzt bei mir so dass die Küche U-förmig ist ähm und an der unteren Seite des U's praktisch ne an an dieser Geraden da sind zwei Fenster weil das ist dann halt so nach vorne raus entsprechend ne zur Straße hin und da wollte ich halt auch eine Arbeitsfläche haben da ist aber auch ein Heizkörper das heißt da wird dann einfach in Statt ich habe jetzt überlegt ja lässt man den Heizkörper abklemmen das ist aber irgendwie irgendwie auch kacke ähm Heizkörper abklemmen gut wäre jetzt nicht so teuer ne das das ginge noch ähm aber ja irgendwie eine doofe Sache was ist wenn du dann doch mal die Heizung brauchst ne ja also lässt es dran gut dann ist die aber auch im Weg weil die frisst ja halt auch Platz ne also die frisst ja Raumtiefe ja und das ist dann einfach so ähm weil man sowieso nie genug Arbeitsfläche hat dass dann halt die Arbeitsplatte da ähm praktisch um die Länge und halt ein paar Zentimeter Luft ringsrum einfach länger gezogen wird also dass die ganzen Sachen weiter reinkommen in den Raum aber trotzdem die Arbeitsplatte halt bis hinten an die Wand rangeht also hat man praktisch mehr Stellfläche insgesamt ja und dann waren solche Sachen weil ich ähm finde das halt immer kacke mit den Steckdosen hier zum Beispiel in dem in dem Haus hier ist es so gelöst dass die äh Steckdosen sind hinter den Schränken oder oben drüber und oben drüber ist halt mal doof wenn du irgendwie sowas wie einen Kaffeeautomaten anschließen willst ist halt keine Steckdose da und da haben es die vorherigen Bewohner so gemacht die haben halt eine Verlängerungsschnur mit ähm Klettband am Fliesenspiegel ist hier sind hier solche ähm Platten die halt angebracht wurden als als so eine Art Fliesenspiegel finde ich auch hübscher ehrlich gesagt habe ich jetzt auch für die neue Küche so gewollt weil ich finde das auch ganz schön naja und da haben die dann mit Klettband eine Mehrfachsteckdose angebracht und die das Kabel dann praktisch einfach offen oben über den Schrank also am Schrank vorbei über dem Schrank angeschlossen an der Steckdose im Endeffekt habe ich jetzt auch nichts anderes gemacht weil es ist nicht meine Küche und ich habe keine Lust dann irgendwie in die Rückplatte also in diese Platte an der Wand da Steckdosen einzulassen oder irgendwas weil es ist halt nicht meins wozu wozu soll ich jetzt unnötig Geld ausgeben und da irgendwas machen was ich nicht mitnehmen kann sondern ich jetzt einfach nur mache damit ich dann da halt ja es für mich schöner gemacht habe beziehungsweise für denjenigen der nach mir da einzieht ja ist halt ne dementsprechend mache ich das dann halt jetzt bei meinem Haus halt anders weil ich halt auch was überlegen weil es gab da halt auch Lösungen dass man das halt dann praktisch in die Arbeitsfläche einlässt wo man dann per Knopfdruck dann halt praktisch ist halt so eine schwarze Fläche und per Knopfdruck dreht die sich praktisch seitlich um und die Steckdose an sich ist da halt drin praktisch also so eine Zweiersteckdose dreht sich dann um sodass dann halt nach oben hin auf einmal die Stecker zeigen also die Steckdosen sodass man da halt seine Geräte benutzen kann ziemlich coole Sache aber es sind halt nur zwei Steckdosen gewesen und ich weiß ganz genau wenn ich da zum Beispiel sowas wie den Toaster und den Kaffeeautomaten anschließe dann an dieser Stelle dann war es das schon dann muss ich wenn ich zum Beispiel irgendeinen Mixer oder was auch immer halt anschließen möchte so ein Stabrührer oder sowas wenn man halt Kuchen machen will irgendwelche Teige oder irgendwas da muss man immer irgendwas rausziehen da habe ich halt auch keinen Bock drauf das ist mir so ne will ich nicht ich will eine freie Steckdose haben zur Verfügung ja und da gab es noch so was anderes das war dann praktisch so ein runder Alu-Deckel sah das dann aus der dann auch in die Arbeitsfläche eingelassen war alles halt immer auch wasserdicht das ist ja wichtig falls man irgendwas verschüttet nicht dass es da einen kurzen gibt ähm ohne Sicherung halt rausfliegt ne naja ähm das war halt immer gegeben aber das waren alles immer nur so zwei Steckdosen dann gab es aber was für die Ecke wo das praktisch in der Ecke der Wand nach oben geht und dann aber drei Steckdosen bietet und das war dann so ja gut okay drei Steckdosen ja das ist okay da äh das sollte funktionieren und das dann ausreichend weil dann eigentlich mehr als zwei Geräte in jeder Ecke nie angeschlossen werden ist dann halt in jeder Ecke eine Steckdose übrig und das das ist in Ordnung definitiv also es gab das auch noch äh es sah nicht schlecht aus muss man sagen ne es gab noch so eine Lösung da war dann praktisch über diesen drei Steckdosen war dann ähm nochmal so ein großer schwarzer Bereich nochmal genauso groß das war dann ein Lautsprecher ähm mit Lautstärkeregler ja also kein Radio drin aber halt ein Lautstärkeregler war drin ähm und USB-Anschlüssen so dass man dann da halt zum Beispiel ähm sein Smartphone anschließen konnte damit man dann Spotify oder was auch immer dann entsprechend darüber hören kann ich weiß nicht ob es Bluetooth hatte weiß ich gar nicht ähm aber das fand ich fand ich unsinnig weil dazu kann man sich dann einfach zum Beispiel so ein Echo hinhängen oder sowas oder hinstellen das finde ich dann irgendwie sinniger also warte mal so schön vorsichtig wunderbärchenhaft perfekt würde ich sagen so wir müssen gleich hier noch wegfahren das darf man nicht dran das darf man nicht vergessen ach ja sehr gut so wunderbärchenhaft bisschen Geld haben wir auch reingenommen aktuelle Aufträge der Firma wir gehen erst mal fortfahren so wir sind hier jetzt momentan keine Ahnung wo sind wir denn jetzt hier wo sind wir denn muss doch gleich mal gucken naja auf jeden Fall merkt man es ist etliches zu tun und das mit der Küche das hat so lange gedauert in der Umzugsfirma ja was haben wir denn hier also nichts interessantes muss ich sagen haben wir was nach Hamburg nach Kiel haben wir was das ist da oben gibt es ja in Kiel gibt es garantiert auch schöne Aufträge das haben wir in Hannover montan Kiel ja fahren wir nach Kiel würde ich sagen ich finde Kiel ganz gut das bringt auch am meisten im Moment ich glaube das ist dann sogar hier also würde ich spontan mal so sagen schaffen wir es rum ach super so aber wir müssen erst mal eine Ruhezeit einlegen und tanken oder was sagt der Tank ah Tank ist noch relativ voll das geht noch aber Ruhezeit wäre nicht schlecht weil wir sehen es die Bettleiste ist fast voll jetzt weiß ich gar nicht mehr war das dass die voll war oder dass die leer wurde ich weiß das gar nicht wir machen trotzdem einfach vorsichtig aber eine Ruhezeit und dann können wir danach entsprechend weiter starten hier können wir ja vielleicht ein bisschen ungestüm wie wir hier drauf gefahren sind so ja ja das wieder erstmal hier so jetzt und dann einmal rasten sehr schön ist ja auch wichtig ne dass wir uns hier Gedanken machen das ist noch ein neuer Auftrag ist schon da beziehungsweise gucken wir jetzt mal was es aktuelles gibt guck mal schon viel größere Auswahl das wäre natürlich nicht schlecht ne mit hier 27 Euro pro Kilometer natürlich schon eine coole Sache und lässt sich auch relativ easy fahren gut machen wir mal als Ziel rein dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Ziel numero